Hallo! Weiter geht's. Ich habe... Wo sind wir das letzte Mal gewesen? In Schandstadt, wie ihr auch schön hier sehen könnt. Ich habe da so einen kleinen Weg gefunden, den ich jetzt einfach mal versuchen werde weiter zu gehen. Let's go! Also, kurz mal wieder reinkommen hier. So, hier ist der Kollege ums Eck. Hundis? Ja. Ah, Mist. Nein, natürlich. Klar. Äh, Mist. Erstmal von den Hundis eine auf den Deckel kriegen. Was auch sonst. Ich... Hier sind irgendwo anders noch welche. Naja, erstmal hier vorne. Ja, hi. Oh, oh. Nein, nein, nein. No, hi. Okay. Okay. Okay, okay. Alles easy. War hier was? Ne, hier ging's... Hier war... Hier war... Hier bin ich irgendwo drauf gegangen. Ich höre hier... Ich höre sie schon. Ähm... Mal kaputt hier. Das steht im Weg. Geht alles im Weg rum. War hier nicht irgendwo... Konnte ich hier nicht irgendwo hoch? Hinten rum oder so? Was ist da unten noch? Da sind noch ein paar Hundis. Was? Da weiß ich aber nicht... Habe ich jetzt gerade nicht so den Plan. Ähm... Da unten liegen meine Seelen. Ich muss noch mal ganz kurz mich orientieren. Ist jetzt dann doch wieder... Ein paar Tage. Okay. Kommt der hoch? Ja, sehr... Das ist... Oder? Ja, der kommt hoch. Das ist gut. Kommt da noch einer? Er zappelt schon wieder zwischen meinen Beinen rum. So... Also... Ich weiß, dass ich hier runter gehüpft war. So... Ich weiß nicht mal mehr, wie ich hier drauf gegangen war. Aber ich habe meine Seelen wieder. Was ist dort? Also hier ist links der Bau ums Eck. Der Fettsack. Ich sehe nichts. Das gefällt mir nicht. Jawoll. Ja, nein! Oh... 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 Ha... Ha... Okay. Erneut. Ach komm, ey. Dass du auch so schnell hier sein musst, ne? Nicht gut. Nicht gut, nicht gut! Hör auf. Man, 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 man. kommt irgendeiner von hinten anscheinend nicht diesmal nicht bin ich jetzt zu früh herunter gehüpft da ist er doch kommt noch einer warum höre ich hier so viele finde ich nicht gut hier ist ein mist zum kämpfen wenn man da unten so wenig sieht das ist auch da kommt einer kommt einer zum klettern da hängt irgendwas ich sehe einen schatten da ist irgendwas los keine ahnung wie kille ich jetzt diesen diesen fettsack da unten ordentlich der kleine ist der nervige der dicke der mit dem komme ich irgendwie nicht klar aber der kleine der damit kommt der ist der ist shit vor allem weil man hier nichts weil diese das ist das ist scheiße hier ich will nach oben ich will nach oben das zeug mal aus dem weg räumen klettert der dicke auch oder klettert nur der kleine okay der dicke klettert wohl nicht dann wird das wahrscheinlich mein zukünftiger aber das ist da ist noch einer ja dann lass den kleinen mal hochkommen ja finde ich gut komm wait was passiert da okay okay waffe in gefahr ernsthaft Och neee Och mann ich habe doch noch gar nicht so viel mit der waffe gekämpft das geht ja schon gut los heute der lebt doch ich habe doch viel mehr das kann doch nicht wahr sein dass es heute so los geht ich muss meine waffe reparieren hat er hat keinen wert das hat keinen wert ich versuche rauszukommen wenn ich einen weg finde da ist eine leiter und da unten wo geht es runter war das dort könnte sein da unten war aber einer na ja 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 zwei dann muss ich mit der noch weitermachen ja kommst du hoch oder was jetzt hat ich muss erstmal mit der waffe jetzt weiter hat sonst alles keinen wert hier so und nun keine ahnung haben wir ja schon mitgekriegt dass das hier alles fake ist ok doch nicht man kann man kann dort sterben alles klar ja die zieht es einem doch unter die füße weg kommt man hoch ihr beiden die waffe auch in gefahr ne das ist das sieht nur so aus die waffe auch in gefahr ne das ist das sieht nur so aus die waffe auch in gefahr ne das ist das sieht nur so aus die waffe auch in gefahr ne das ist das sieht nur so aus so diesmal etwas vorsichtiger bin da zwar schon drüber gelaufen ohne dass was passiert ist aber ich bin ja gerade eben auch runter gefallen keine ahnung wo der herkommt da ist noch einer von denen ja klar ich will hier raus ich suche eigentlich nur einen ausgang ich dachte hier geht es irgendwo nach oben tja da habe ich mich wohl getäuscht so ein mist ne hier war nur der loot von dem ach wie komme ich denn hier wieder raus das ist jetzt nicht euer ernst muss ich jetzt echt ich sehe keine leiter bin ich blind muss ich echt hier rüber zurück schweinerei wie komme ich ich dachte ich komme hier irgendwie wieder nach oben muss ich jetzt mit meiner hässlichen axt kämpfen die ja gar nicht mal so geil ist habe ich irgendwas um die zu verstärken vielleicht wurfmesser heimkehrknochen paar seelen menschlichkeit abfall ne oder warte hier gibt es noch mehr flüssel innere kraft was bist du pyromantie der kann man welche die flamme bändigte um das innerste zu verwirklichen steigt gott kurz stärke und kondition senkt trefferpunkte ne nun dann probieren wir es mit der schwächlichen axt leute 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 und da kommt lol er klettert wieder rauf er klettert wieder rauf der kommt doch aber gleich der kommt 100 pro gleich runter ja da ist er doch guck mal komm her ich habe auf dich gewartet dass ich vier mal in den rein prügeln muss mit der axt ist ein bisschen ärgerlich minimal minimal im werden den die 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 es ist halt super 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 kacke mit der ansicht hier kommst du ja er kommt ja dann kommen auch jetzt und hängt da nicht rum dass er wieder runtergeklettert was ist mit dir hallo würdest du bitte letztlich schwere angriff am anfang hilft auch nicht habe gehofft ich brauche dann einen schlag weniger vielleicht für den aber so ich sehe nichts wunderbar gut den kann man pullen ohne dass der kleine mitkommt gut zu wissen das ist wunderbar das macht die ganze nummer tausendmal einfacher so und der kleine ist gar nicht da doch da ist so okay das wäre geklärt ich bin noch ein bisschen auf der suche nach irgendeinem weg vielleicht da hinten ist eine leiter nach unten was geht denn hier ist hier was nee okay also die leiter scheint auch nicht zu gehen dann ist es die leiter warte mal war ich hier schon da unten ist halt was ne aber wie komme ich daran ja über den weg ging es ja nicht und wie komme ich von dort wieder zurück kann ich hier runter springen kann ich eine peitsche bist du eine waffe 80 1,5 okay okay alles gut gegangen war ich hier schon war ich hier schon mal bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher wo komme ich hier raus doch ja okay das ist quasi der normale weg wenn man nicht darunter hüpft aha okay und dann liegt hier hinter der hinter dieser mauer liegt was da ist lud aber wie komme ich dahin von der anderen seite nun jetzt habe ich neue gegner vor mir ich hätte jetzt auch nicht gesehen dass irgendwo ein leuchtfeuer wäre und du siehst so aus als würdest du feuer spucken ja ganz schön mies sogar feuer spucken okay das hat schon mal funktioniert okay okay gibt es hier irgendwo irgendwas ne was ist das keine ahnung irgendwer irgendwer ah da ist er da muss natürlich wieder einer mit oh ne mit gift scheiß hier jetzt auf mich losgehen ey eigentlich wäre es gut wenn ich zu dem hinlaufe und den zuerst mache da ist die leiter und da unten sind jetzt zwei so boys reingeflutscht da unten liegt auch was aber ich muss zuerst den weil sonst giftet der mich ein treffer ein treffer hätte fast gereicht mit wanderer okay und ein falschen habe ich nicht hier auch was blau leuchten sehen anscheinend nicht ah hier hier okay das sieht nicht so aus als will ich da drauf springen ich will hier schon runter klettern aber da sind jetzt die zwei die zwei runter gefallen ne oh man ich gucke mir mal kurz die rüstung an die ich da gekriegt habe wanderer kapuze 1,4 ooo menu weg ok erst mal beinahe runterfallen nice 13 Ey, das ist voll mies jetzt da unten, ne? Das ist so richtig mies. Ah doch, da ist noch was Blaues, aber eins weiter oben. Hier. Das leuchtet doch blau. Ne, tut's nicht. Okay, falsch gesehen. Ey, wo kommt ihr her? Spawnt ihr die ganze Zeit? Ja, was bleibt mir jetzt anderes übrig? Als das in Kauf zu nehmen. Und runterzufallen. Oh Gott, wo bin ich? Scheiße. Scheiße. Nein. Stopp. Am Menü. Menü. Menü killt mich. Menü killt mich. Ich will hier jetzt nicht drauf gehen, Leute. Ich will hier wirklich nicht drauf gehen. Hör auf jetzt. Stopp. Endlich eine weniger. Fuck. Finally. Scheiße. Ich hab irgendwas. Ich hab irgendwas. Ich hab irgendwas. Moment, wo ist es? Wo ist es? was? No. 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 Wow. Brutaloboss, grüß dich. Schön, dass du da bist. Danke fürs Einschalten. So, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Ich darf nicht in den Sumpf hier rein. Scheiße. Und da kommen noch mehr davon. Äh. Wow. Oh mein Gott. Wie lucky bin ich denn. Ich bin da runtergefallen. Ich wollte da gar nicht hin. Uh. Nice. Ah. Super. Du bist doch sowas von... Fake. Das ist doch hier... Ist es nicht. Ich habe einen Drachenstein gefunden. Das sah ja sowas von nach einer Falle aus. Drachenstein, 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 Drachenstein. Verstärkte Drachenwaffe. Okay. Ich habe immer noch das Problem, dass meine gute Waffe... Ich hätte mir doch ein Reparaturset kaufen sollen. Meine gute Waffe ist weg. Ich habe mir eine bessere Waffe besorgt. Und die ist jetzt futsch. Ja, hier kann ich halt nicht rein, ne? Verdammt, der Axt. Ach, ihr... Achso, ja klar, ihr seid ja alle respawnt. Ha! Die müssen ja auch nicht aufhören, auf mich einzuprügeln. Kommen die auch schon, oder... Ja, ja, die sind schon auf dem Weg zu mir. Dann warte ich auf die. Tja, mir bleibt ja nichts anderes übrig, als jetzt hier durchzulaufen, zudem. Sehr gut, das hat geklappt. Oh mein Gott, das sieht so aus, als könnte ich hier vielleicht... ...ne Abkürzung, oder? Das sieht doch nach irgendeinem wilden Aufzug, Abkürzungsgedöns aus. Oh, das ist aber... Das ist jetzt aber auch nicht die leichteste... Okay, es geht, es geht. Bring mich nach Hause! Was ist er, was ist er denn für ein Aufzug? Wow! Lass mich hier vorbei! Oh Mann, ey, und dann klemmt man sich hier in sowas ein, ne? Ein sogenannter Pater Noster, ja. Ob du es glaubst oder nicht, davon habe ich bereits gehört. Okay, meine Seelen scheinen nicht da unten zu sein, was ich schon mal gar nicht so schlecht finde. Da sind sie. Sehr gut. Okay, ich bleib länger drauf stehen. Aber hier muss ich doch runter. Das ist doch nicht euer Ernst. Komm. Wirklich? Dann halt mit Rolle. Das ist ein bisschen lame. Und noch mal. So, also. Konzentration. Und... Alle hopp! Sehr gut. Sehr gut. Nee. Nee, nee. Bleibt... Lasst mal, lasst mal. Alles okay. Bleibt ihr ruhig mal da unten. Ach, guck mal. Na klar. Das sind auch so... Noch... Nö. Und dann schießt... Dann hört der nicht auf da oben. Ey. Nein, 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 nein. Ich habe dich gesehen. Äh, äh. Äh. Echt jetzt? Und ihr steht da auch noch so blöde. Oh, und in die Hunde rein. In die Hundis rein. Aua, Feuer. Ach nee, jetzt habe ich den Luppen-Moosklumpen gefressen. Äh. Feuerhüter-Seele. Oh, hier ist noch... Den habe ich gar nicht gesehen. Er hat sich hinter meinem dicken Hintern versteckt. Na, nein, nein. Schild hoch. Danke. Feuer. Nee, Feuer will ich nicht. Okay. Und wie... Ich höre sie, wie sie da oben auf mich ballern. Ich höre sie einfach. Wie sie mich hart wollen. Ja, ihr kommt einfach mal mit, Hundis. Das mit dem von oben beschossen werden und gegen so drei Hundis kämpfen. Nee, 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 nee. Machen wir nicht. So. Okay. Ja. Hört ihr bitte auf jetzt. Ihr seid solche Arschgeiden, ne? Ja, ja. Versuch ruhig wegzulaufen. Jetzt hast du es verkackt. Nee, hier will ich nicht. Ich muss erst die da drüben. Damit ich hier ordentlich erforschen kann. So. Aber hier ist nochmal irgendwo einer, der... Ach, da unten. Ist er runtergefallen? Okay, ja gut. Von mir aus. Da unten kann er bleiben. Hier gibt's gar nichts. Hier gibt's keine Abkürzung nach Hause. Ich will doch... Ich will doch nur nach Hause. Oder Moment mal. Moment. Ich bin ja von hier gekommen, dann dahinter gelaufen, runtergefallen. So, das heißt, ich gucke mir jetzt doch nochmal kurz die andere Seite an. Und dann kletter ich da runter und gucke mir dann doch nochmal... Ah, hier ist nix. Oh, ich hab jetzt echt gehofft, ich komm hier. Mist. Ey, zum Glück geben die echt einen Haufen von diesen Moosklumpen. Das ist doch wohl ein schlechter Witz. Bin ich wegen dieser dämlichen Feuerseele hier hoch? Und hab mir hier einen abgequält. Das sah so schön nach Abkürzung aus. Weg freischalten. Na gut, dann verprügeln wir die Jungs da unten halt doch. Ich kann ja hier nochmal gucken, aber... Ja, da kommt der Aufzug an halt, ne. Jetzt verprügel ich erstmal den einen, der hier irgendwo... Irgendwo war doch hier einer. Was ist hier noch? Nix. Und da hinten irgendwelche Wege oder so, die ich übersehe? Nee. Das heißt... Huh! Hä, hab ich da... Ich hab doch... Da oben war doch ein Gegner. Jetzt ist er nicht mehr da. Egal. Ähm... Danke. Kurz die... Oh, 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 oh. Hi, haja, hallo. Hallo, hallo. Alles gut. Hier war nämlich was? Dich wollte ich einsammeln? Das ist stolzer Krieger. Seele. Okay. So, da hinten ist eine Höhle. Da würde ich ja wirklich gern hingehen, aber... Ach, erstmal du. Okay. Da hinten liegt auch was. Was gibt's hier noch? Ist hier irgendwo was? Naja, es ist eh alles so dunkel. Die waren mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen. Oder waren die einfach noch nicht gerendert da hinten? Was seid ihr denn? Nein, hör bitte auf. Ey, nein. Es reicht. Stopp. Wann denn? Wann soll ich denn... Nein. Wann ist der Moment? Mama. So, dann gehe ich jetzt erst nach da hinten, weil da oft in der anderen Richtung, da sind zwei Gegner, mit denen ich nix anfangen kann. Das habe ich noch nie vorher gesehen. gekommen. Kommen wir ein bisschen weiter runter. Dettes! So. Da hinten liegt nämlich noch was rum. Da ist das Leuchtfeuer drin. Oh, nee. Da komm ich jetzt so leicht gar nicht hin. Ah, 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 wo summt's da? Blöde Scheißviecher. Gib. Nein. Lass mich hier raus. Pyromantie-Stiefel oder sowas habe ich da gerade bekommen. Ich habe es leider nicht richtig. Giftnebel. Ich habe es nicht richtig lesen können, weil ich einfach ganz schnell weghalten musste. Ne, okay, da ist nichts dabei. Hä, aber das war doch eine Rüstung, die ich gekriegt habe. Dieb, schwarze, schäbige, wehre, schatten, hüllen. Keine Ahnung, egal. Ja, wie das Gefühl, beim Einschlafen eine Mücke zu hören. So, da ist ein Egel. Vor dem habe ich Respekt, Angst, Schiss. Weil ich ihn nicht kenne, weil ich keine Ahnung habe, was es ist. Boah, von da oben habe ich mich hier runtergekämpft, ey. Das war ein Krampf, Krampfkampf. Da sitzen so viele von denen. An denen habe ich mich einfach vorbei geschummelt. Na, da, 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 da. Mücki. Mücki. Also eine einzelne finde ich gar nicht so schlimm. Wenn sie zu zweit sind, das ist das Schlimmste. Ach ja. Ja, ist ja gut, ey. Manchmal macht das einmal, jetzt macht das dreimal. Vorhin hat das nur zweimal gemacht. Leute. Scheiße. Wieso habe ich keine... Ich hatte doch voll viele davon. Nee. Die haben mir keine mit Blüten gegeben, sondern nur die normalen Moosklumpen. Wow. Und tschüss. Ich dachte, ich habe voll viele gelootet mit... Ich muss an die Seelen da rüben kommen. Das sind 800, 8000 Stück. Ich habe voll viel gelootet mit... Verdammt, der Haxt. Komm her, du. Ja, bevor dein Kumpel kommt, nämlich. So. Ich glaube, jetzt habe ich den Rhythmus von denen langsam raus. Kommt da jetzt irgendeiner? Ne. Was ist mit denen mit den Steinen da hinten? Ich muss mir erst die 8000 Seelen holen. Lass mich... Oh, das war schon wieder so knapp. Oh, da ist noch einer. Den fast vergessen. Ach, jetzt wieder dreimal. Okay, die Lila Moosklumpen helfen auch, aber nicht, wenn man schon voll vergiftet ist. Dann brauche ich die mit der Blüte. Verstehe. War hier noch irgendwas? Ne. Okay. Dann mal da rüber. Danke für 9500 Seelen mittlerweile. Nein. Ist nichts. Ich bin eh. Okay. Du hast mich gehört in der followers. Ich bin Advworking. Oh, du hast mich gehört. Oh, du hast dich gehört. Ich bin lieber. Du hast dich gehört. Ich glaube schon. Das ist nicht. Ich bin nicht. aftercüounge. Duights directive. hör mal auf jetzt auch immer der moment Man kann aber auch nicht abschätzen Welcher angriff jetzt kommt nein 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 wir sterben jetzt hier nicht schon wieder an zwei so dämlichen mücken Lass mal gut sein Wo ist sie da Okay immer mit der Ruhe alles gut ja ihr seid doch liebe wie ich ja ne so ach da kommt auch gleich noch eine Komm jetzt Wo kommen die alle her wo kommen die her Lass mich doch in Ruhe jetzt Ja ist ja gut ich habe verstanden Das sind noch mehr Stille Wenn die wenigstens seelen geben würden aber die geben ja nicht nicht mal irgendwie seelen so eine handvoll 16 oder was 26 Soll ich mich jetzt mit den dingern hier anlegen Ja gut in dem fall muss ich mich jetzt mit einem zumindest davon anlegen Wie bewegt er sich denn was bist du denn Na der gibt zumindest 100 seelen aber im summt will ich mit denen nichts zu tun haben ehrlich gesagt Ich würde mir schon gerne angucken wo es hier hingeht da Weil da oben sieht so aus Ein bisschen wie die Mauer Mauer vom Tauros oder so Keine Ahnung Nein ich war zu spät Oder Wait Ah das ist das lila ne Nur das schwarze ist Oh Komm mal her du Okay Ich will wissen wo es da hingeht Komm her jetzt Okay Okay Ich habe immer noch keinen Händler gefunden Der mir diesen ganzen Unsinn abkauft Oh Okay Das war's für heute. Sooo... Wo, ähm, okay. Plankenschild. Ehrlich? Wow. Deswegen bin ich hierher gelaufen. Wegen eines Plankenschilds. Aha. Doppelmenschlichkeit. Na gut. Ich weiß zwar immer noch nicht, für was, aber... Ich hatte es im Urin. Das war mir zu... Das war mir zu... Zu wenig. Oh. Oh, der liegt da aber auch mitten im... Im Sumpf, ne? Das überlebe ich doch nicht. Und ich habe 10.000 Seelen dabei. Guckt euch ihn an. Weil dann muss ich ja von da hinten auch noch hier vorlaufen. Das muss ich machen, wenn ich keine Seelen dabei habe. Viel zu viele von diesen Moosklumpen gefressen. Hier wegen diesem einen... Wegen dieser einen Aktion. Da habe ich nicht gecheckt, was passiert. Und habe einfach... Einen nach dem anderen reingeknallt. Das war dumm. Deswegen habe ich jetzt nur noch 2 Stück. Aber mei. Was soll's. Ich weiß ja, wo ich theoretisch noch ein paar farmen kann. Falls... Die müssten ja dann wieder welche droppen da oben, ne? Bin ich hier richtig? Ne. Aber hier könnte ich auch lang. Ne, ich gehe außen rum. Keine Risiken hier jetzt. Ich gehe mich mal jetzt kurz ein bisschen leveln. Und dann gucken wir mal zu den Steinboys da hinten. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich hin muss. Also Leben und Ausdauer... Weiß ich nicht. Finde ich eigentlich okay. Damit habe ich noch nicht so die Riesenprobleme gehabt. Wenn ich gestorben bin, dann einfach, weil ich es verkackt habe meistens. Und nicht, weil ich zu wenig Leben hatte. Was mache ich jetzt mit den restlichen... 3000 Seelen? Damit kann ich jetzt nichts anfangen. Anscheinend nicht. Die schleppe ich mit mir rum. Na gut. Dann schleppen wir halt 3000 Seelen mit uns rum. Ganz vergessen, dass die jetzt wieder hier sind. Da hatte ich jetzt kurz... Wollte ich um die Ecke und gleich weiter losziehen. Zu den Steinjungs. Wie heißt denn der Griechische? Ich habe erst letztens... Ein Spiel gespielt. Da kommt er drin vor. Ich komme gleich drauf. Moment. Der hat den Namen, der quasi... Der hat den Namen, der quasi... Globus? Nein. Aber sowas in der Art. Ähm... Er ist nicht Globus, aber so... Mir lag es vorhin auf der Zunge. Verdammt. Gucke ich jetzt gleich zu den Steinboys oder versuche ich mir noch lila Klumpen zu besorgen? Ich gucke gleich zu den Steinboys. Ja. Wenn ich nicht hier... Geh weg! Bleibt man erst mal an so einem Ding hängen. Mücken? Ne. Atlas! Genau. Danke. Dankeschön. Atlas heißt der Gute. Da, die Jungs. Die stehen da wie Atlas. Oder war es Atlas? Ich glaube schon. Da oben ist eine Höhle. Oh! Da ist einer. Was macht der? Der rennt mit dem Stein hinter mir her. Und verprügelt mich mit Steinen. Okay. Ey! Ey, das ist ja... Aber das finde ich jetzt gar nicht so... Verkehrt, ehrlich gesagt. Ja. Gut. Das sollte man nicht tun. Ich will ihn endlich... Danke. Das wollte ich tun. Ach, er lebt noch. Jauche-Küchlein. Da ist noch einer. Von der Sorte. Oh, der wirft auch. Jetzt hast du keinen Stein mehr. Ah, doch. Ja, klar. Ja, klar. Riesenkeule. Als ob ich dich nicht schon die ganze Zeit hätte von den Jungs kriegen können. Oh, was die Ausdauer schluckt. Wie viel wiegt das Ding? Ich glaube, das sollte ich nicht so ausgerüstet haben. Zwölf Kilo. Nicht, 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 nein. Oh, ich dachte, es reicht vielleicht. Scheiße. Jetzt habe ich keinen von den Dingern mehr, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Schimmer. Okay, da geht es nicht weiter. Einfach mal, ich wollte mal außen rum gucken. Also, hier sieht es nach Spinnen aus. Und die Jungs, ja, dann gehen wir doch mal ins Loch. Oh, was machen die an Schaden? Holy Moly. Und schnell sind sie. Nee, nee, nee. Gut, äh, platzt der, wenn ich da dran vorbeilaufe? Platzt der einfach so? Oder kann ich... Ei-Biss-Ei-Tiger. Oder Ei-Biss-Ei-Tiger. Gut. Die brauche ich nicht killen in dem Fall. Ach, guck mal. Ja. Ich würde sagen, damit haben wir eine YouTube-Folge und einen wunderbaren Cliffhanger. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Hahaha.